Ja, weiter geht es, äh, Vardrag darf wieder die M60 tragen. Ey. Ich hab jetzt den Stock mit Wurst. Ich fühl mich nicht wohl damit, aber gut. Du kannst übrigens dort auch einen Arkanenstab holen, wie du magst. Ja, den wollte ich mir eigentlich in der letzten Folge schon mitnehmen. Du musst den Stein zauberwachen. Verdammt, ich bin im Nahkampf oder in der Waffenkunde jetzt. Geht nicht, ich hab, äh, genau, danke. Schnell, 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 schnell. Dankeschön. Ich komm einfach mit der M60 nicht klar. Überleg mir, was die Entwickler gedacht haben, als sie in der M60 eingebaut haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie fanden es einfach nur unglaublich witzig. Ich meine, es gibt auch das Vietnam-DLC. Das hab ich auch, jetzt so. Hast du das schon getestet, bisschen was? Nee. Oh, Entschuldigung. hast du geworfen das arkan allerdings dass dahinten habe ich nicht geworfen ich sehe nicht wo du willst ich schieß einfach drauf macht da gibt es ein blitzschwert der kriegt keinen schaden er hat eine rüstung strom ich nehme lieber dem blitzschwert mit als ist ein scheiß das ist ein bisschen lächerlich später wird es gar nicht mehr so lächerlich sein das ist nur weit genug mitnehmen und die elementarwesen welche elementarwesen gerade noch so viel du stehst ziemlich nah mir dran entschuldigung jetzt blitz hast du gesagt ja ich habe ein blitzschwert ich kann doch das da machen wie er noch so ein paar zuckungen hat nur zack zack auf dem auslöser bam töten nein ich glaube ich habe meinen m60 mit blitzschwert mit stein verzaubert es stimmt du musst mal die m60 verzaubern ist bestimmt cool gehen das schifte dann auf die auslöser taste drücken einfach nie auf die schießtaste genau jetzt du hast nämlich immer nur so schwer zauber auch wenn du fernkampf einfach mal ruhe ich glaub mit meinem mit meinem ah die sensor die sensor die konnte irgendwas cooles nee die konnte irgendwas scheiß blöderes aber das ist eine sensor gift warum klopft der da an ah das konnte die warte mal einen moment also wir haben die donnerklinge eine einfache klinge erfüllt mit der macht des blitzes was du nur mit der donner wurde den orks als vertrauensverweis von den kriegsherren verliehen körper mittel und blitz kein extras und die sense ist schrecklich und verflucht sie zerreißt den opfern die haut auf eine miese art und weise lebensresistenz was etwas blöd ist äh und giftspray es ist ähm manche sachen sind halt wirklich nur für bestimmte ähm ja charaktere nützlich man kann auch sein äh mein stein schild mit dem arcan blitz weg machen ja aber das war gut jetzt guckt er nicht mehr so frech schön wir hatten wir meinen schild komplett weg genommen so kann ich mich selber heilen und jetzt ernst nicht mit nee ja viel cooler äh ich brauche eis ich brauche ich brauche einen kalten Streik ähm ich würde mal sagen ich würde mal sagen ich würde mal sagen wir bewegen uns dadurch nicht schneller ne ne die bewegen sich dadurch langsamer ich weiß ich muss nervige kleinstiege töten äh ich glaube wir haben ihn ich will den hammer haben ich will den hammer haben zunichtung gegen so hier ne genau so machst du mal lebens zauber im zauber im was weiß ich ich hätte auch eine lebensresistenz dann gehabt das ist halt auch blöd ja gut das heißt nichts anderes um dich zu heilen das ist wohl blöd blöde dran mhm ja das ist halt mit dem anderen egal wurde er in den lebensresistenz hatte mit unseren beiden coolen ja ich habe meinen haus wieder gelöscht warum warum ich höre sie doch schon kommen wie das ding einfach mal als nahkampfwaffe taugt ist geil da ist noch einer mal die nicht rein irgendwie ich brauche unbedingt eine gaming tastatur mit hotkeys makros belegen da ist noch ein start des lebens komm her nicht laufen irgendwo ich schieße drauf drauf schieße da kommt doch glaube ich noch jemand hinter uns bin mir nicht sicher ja gehen wir nochmal zurück können wir dann nochmal zurück links ist noch ein lebensstarb ja will ich nicht ich finde meinen cooler hier bam ne geht es da vielleicht weiter warte mal ist den geht es da drüben weiter ne ok warum machst du mal zunichtung damit ich mein schild loswerde mein panzer oh oh kennst du den schon ah das ist der eisstachelpanzer stimmt hä wie hast du den achso ne eis nicht warte mal zunichtung man würde ich an den panzer typen oder ich würde auch an den typen Wir haben ihn geklont Ich hab mal zaubert Nee, wie ging das? Das ist Eis, genau QR-D-E QR-D-D-E Ich bin jetzt zwar etwas langsamer, ASF, aber ich kann das ja mithalten Wenn die M60 bisher gerettet ist Wunderbar Mal schauen, wie lange wir die M60 noch behalten Oh, die Stelle Ich weiß nicht, ich weiß nicht ungefähr, wie sich das Vietnam-Dialziel anfühlt So, jetzt wird's nämlich lustig Ach, wie, ja Das ist schon gestartet Einfach mit Feuer und das Schmelzen, ne? Ich halte die linke Flanke hier frei Ich halte die linke Flanke hier frei Es wird gleich noch um einiges schwerer Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Du brennst Hey, du hast doch die Verdammt Zieh aufs... Komm her Kannst du vielleicht einfach drauf gehen? Warte mal, geh mal da weg, bitte Verdammt Nein, nein, nein Er ist draufgegangen Du bist draufgegangen Nein, nein Ich bin draufgegangen Ich bin draufgegangen Verdammt Du bist draufgegangen, du hast aber das MG Ich kann auch Zauberkasten Siehst du das? Ja Das heißt, du bist noch nicht draufgegangen Kannst du mich hier beleben? Ja, du hast auch das und gehe nicht mehr jetzt in 60 Wenn er aufs Wasser kommt Der kommt nicht aufs Wasser Aber Er kann mich zumal trinken bringen Das wollte ich nicht Mich auch Nein Nein, nein, nein Ich glaube, wenn du stirbst, lebe ich mit dem M16 Ich lebe aber noch Ich mag das M60, aber ich mag auch Leben Das ist ja eigentlich Leute hinterlegt Okay, ich werde jetzt keine Schildzauber mehr benutzen Einfach nur noch versuchen zu überleben Und wenn ich sterbe, haben wir beide sterben Haben wir unser schönes M60 Das war eine schlaue Idee Du hast jetzt nicht gerade getan, was ich denke Ich belebe dich jetzt nicht wieder Mal gucken War schon vorbei, ne? Schade Ich habe vorher Rundumzauber gecastet Ich dachte mir, damit erwische ich nur das 200% Ja Ja Wegen dir haben wir das scheiße MG nicht mehr Ach, da geht es nicht hoch Aber ich glaube, hier kommt Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn Das heißt, ich könnte jetzt dauerhaft Das Konterstreichmesser Ich könnte jetzt dauerhaft das M60 tragen Danke Das war mal ein Angriffswinkel Leg dich nicht mehr zu uns an Guck mal jetzt schon mal hier Guck mal, jetzt sind wir Ja, ich weiß wo Hier hätte ich jetzt gern den Warhammer Du fragst dich, wieso? Naja, es hat irgendwas von Orcs Genau Kontrollpunkt Also jetzt sind wir definitiv über dem Punkt hinaus Dass wir jemals wieder unser M60 bekommen können Nein, wir können sich nochmal retten Ach, ne Angst Ja 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 Ich sollte was denn tolles machen Au Ja Ich habe keinen Blitz geschlagen gekastet Ich habe keinen Blitz geschlagen gekastet Ich habe keinen Blitz geschlagen gekastet Ich aber Bleib mal nicht zu weit in meiner Nähe, ne Könntest du mal bitte nicht mich flitzdingsen? Geht ihr bitte drauf? Stopp, 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 stopp. Das, das, das ist das. Ich hab ihn doch gesehen. Ich hab ihn doch gesehen. Ich mach ständig die falsche Taste. Die Leute sehen bei mir ständig, was meine Waffen alles können. Wo ist er denn? Da war einer mit Schild. Ich hab ihn gesehen. Da hinten. Kriegst du den? Frage beantwortet? Laden, 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 Laden. Das wollte ich gerade machen. Ich sollte von deinem Schild wegbleiben. Gab's noch irgendwas cooles? Ähm, ich glaube, da hinten gab's noch irgendwo was. Aber ich weiß nicht, ob das ist cool. Da ist eine Magiker hier. Genau. Achso, die gab's, glaub ich, da oben. Aber wir müssen sowieso, glaub ich, relativ weit gehen. So, die ging's ja nicht mal weiter. Oh, den können wir dann gleich wieder mit nem Blitzschlag holen. Hol den mal mit nem Blitzschlag. Bam. Ah. Das hat hier ganz schön Schaden gemacht. Bam. So, jetzt haben wir... Oh, ich hab mir grad Schaden... Achso, ja, die Dinger machen ja Schaden. Jetzt haben wir gerade sch... äh, das Ding ist hier aufgemacht. Aber da... Ihr hättet uns jetzt überfallen, wenn wir ihn nicht vorher getötet hätten. Genau. Ach, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das da. Oh. Oh, ich bin fast tot. Also, gegen den guten, gut gesetzten Sonderkalt ist doch nichts einzuwenden. Ihr versteht langsam, warum diese Magie auch, warum ihr die auch immer als Stab-Magie immer so gern verwenden. Als Strahler, Mann. Du nass deswegen, wie das geht. Ah, die machen so viel Schaden. Na. Ich. Wenn du mit den Leuten mal wegrennst, dann kann ich dir gar nicht helfen. Geht doch. Willst du auch nen Donnerstab haben? Ah, ne, du hast ja deinen Haststab. Na, ich bin doch so schnell genug, glaube ich. Den, den Haststab hätte ich mit dem... Hättest du bitte stehen bleiben, Sven. Danke. Den Haststab hätte ich mit dem Astartes nehmen sollen. Da hältst du aber nicht dein Stromgewehr mir. Der mit M60 wäre auch lustig. Ja, aber... Uhuhuhu, der Blitzstab, der Blitzstab, der Blitzstab. Tesla-Stab. Blitz, Blitz. Machen wir da. Warte mal, ich. Du kannst jetzt der Blitzflag so aufrufen, wenn du möchtest, das ist nichts mehr. Ich habe was erzählt. Du müsstest trotzdem nicht im Weg stehen. Sonst treffe ich den Typen da oben nicht richtig. Ich. 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 Wir müssen noch runtergehen, Blut, ne? Müssen wir? Blatt. Blatt ist kein Vampir. Warum müssen wir da runtergehen? Oh, ich hatte mein Schwert mit dem Strom verzaubert. Nee. Du hast irgendwie eine Donnerklinge. Du hast... Ich hatte ein Donnerkling und ein Donnerschwert. Oh Gott. Ah, zwei von den Viechern. Angst. Nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Nein. Lebe, 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 lebe. Lebe. Nein. Keine Sorge, sterben ist Teil des Spiels. Aber der Blitzstab. Meinst du, liegt doch da unten irgendwo? Können wir gleich gucken. Ich will nicht die Taste. Ich nehme mal die... alles ab. Bam. Na, ich sag mal so, da unten liegst du. Ja, der liegt noch da unten, der Blitzstab. Können wir einfach runterspringen? Ja. Nehmen. Donnerklinge. Tesla starb. Sehr gut. Kann man den vielleicht... Platz. Nyaaah. Bloß gut, dass wir hier den aufgemacht haben. Das wäre so das Glück, jetzt müssen wir ja ganz vor wieder laufen hätten müssen. Wir können tun. Tutten. Tun. Tun. Aber, Bladi, ich würde sagen, bei den beiden Käfigen lassen wir es erstmal sein und gehen dann... Stimmt. Warte mal, ist das nicht schon Level Ende dann? Ein Fahrersteiner wie jeder andere auch. Wir gucken noch ganz kurz, ob das Level Ende ist, weil das wäre natürlich richtig cool. Geht's jetzt nicht jetzt richtig los? Aber nein, hier müssen wir erst mal was anderes aufmachen. Okay. Dann hast du recht und dann war's das erstmal für heute. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.